Los zünden! Ich bin Pfeffersack, aber eigentlich Piraten. Pirat, mein! Pirat aus romantischem Gefühl, Pfeffersack aus Vernunft. Wer ist der lustigste Pirat? Philipp. Charlie. Hinak, ja. Der lustigste Pirat ist... Ich. Ich. Ich? Eule. Kannst du dein Lieblingsshow-Zitat vorspielen? Mein was? Vronika! Klaus! Vroni! Klaus! Und Philipp sagt dann... Och, Vroni. Das sieht ja aus wie eine fette Ringelnatter. Und jetzt bitte dein Selfie-Piratengesicht. Selfie-Piratengesicht. Ja. Er. Da. Der ist ja aus. Das ist ja aus. Ich bin Offen. Aber du. Amgen. Und jetzt bitte dein Huhn. Vielen Dank.